Hallo und herzlich willkommen bei Garnelenleben Vlog. Ich möchte euch heute etwas über die Zwerghuskrebse oder die normalen Krebse beibringen oder euch etwas zeigen. Und zwar gibt es drei grundlegende Schritte zu beachten. Schritt 1. Es ist wichtig bei Krebsen viel, viel Versteckmöglichkeiten zu bieten. Versteckmöglichkeiten in Form von Moos bei Zwerghuskrebsen gerne genommen. Weltshöhlen sind zwar nicht geeignet, aber Krebshöhlen. Was ist denn der Unterschied? Eine Weltshöhle hat einen Eingang, denn der Welts muss ja seine Eier in der anderen Ecke an die Decke kleben, aber der Krebs braucht zwei Durchhängen. Wieso? Der Krebs muss, wenn ein stärkerer Krebs reinkommt, muss er eine Möglichkeit haben zu fliehen. Ihr wisst alle, wie aggressiv Krebs sein können. Wenn jetzt ein stärkerer, der Macho-Krebs reinkommt und das Krebsweinchen sich während der Häutung oder der Schlüpfphase versteckt, wird sie gerne auseinandergenommen. Also, viele Versteckmöglichkeiten, Punkt 1. Punkt 2. Es ist wichtig für gutes Futter zu sorgen. Das heißt, Futter, was nicht zu knüppig, nicht zu sehr kompakt ist, also zu sehr fest ist, wo man es nicht mehr auseinanderreißen kann. Es ist wichtig für die Krebs, dass die kleineres, feineres Futter haben, wie ein Granulat, Chichitin-Granulat, empfehle ich da sehr. Oder auch ein vegetarisches Granulat wird auch sehr gerne genommen. Krebs sind wie andere Veganellen auch alles Fresser. Sie fressen unter anderem auch Arzt oder auch mal gerne einen Kollegen, der sich häutet. Das ist Punkt 2. Das richtige Futter. Punkt 3. Große Krebse vertragen sich nicht sehr gut mit Pflanzen, denn große Krebse sind Wühler. Und sie mögen es, mal gerne hier und da was aufzubilden, Pflanzen, die Wurzeln rauszureißen. Das heißt, ein wunderschönes Pflanzenbecken wird mit Krebsen, mit großen Krebsen nicht funktionieren. Aber Zwergfusskrebse sind da deutlich ruhiger, verhaltensunauffälliger. Das heißt, die werden eure Pflanzen nicht rausreißen. Und sind auch deutlich kleiner. Wenn ihr da ein paar Walisnerias drin habt oder Warnobianana drin habt, die kriegen die nicht so leicht raus. Das sind die drei Grundlagen. Jetzt kommen wir zu unseren, ja, zu den weiteren höheren Bedingungen, die ein Krebs braucht. Das ist zum Beispiel das Volumen des Aquariums. Zwergfusskrebse können auch in einem kleinen 30 Liter Aquarium unterkommen. Anders bei Procambarus clarki oder bei den, bei Sherax, Blue Moon oder auch anderen. Diese Krebsen sind, ja, sehr platzintensiv. Sie brauchen zum Beispiel ein Sherax Blue Moon Männchen braucht etwa 160 Liter Wasser. Das ist nicht zu unterschätzen. Und der nächste Schritt ist, die Aquarien auch ausflusslich zu gestalten. Denn Krebsen sind in der Regel Wanderer. Sie steigen auch gerne aus dem Bach, aus dem See raus, Fluss raus. Und wandern mal gerne ein bisschen durch die Natur. Das muss man auch beachten. So ein Sherax Peckney oder ein Sherax Blue Moon kriegt mal so eine kleine Scheibe, Plexiglas oder auch mal dünneres Glas gerne hoch. Man muss da schon beachten, dass man die Scheiben, entweder verstärkte Scheiben nimmt oder die Scheiben auch beschwert. Denn so ein Krebs, der hat schon Kraft. Weiter geht's mit dem Paarungsverhalten der Krebse. Ich kenne das, weil ich mich da schon seit zehn Jahren in der Choristik damit beschäftige. Um gerne mal das Paarungsverhalten zu analysieren, ist es ein sehr aggressiver Akt. Viele Halter denken, es ist ein Angriff des Krebses. Man sollte da eher die Finger davon lassen und nicht gleich mit dem Kescher reingehen und die Krebse voneinander fernhalten. Was ist zu beachten, um eine Krebszucht aufzubauen? Wie gesagt, sehr viel Platz. Also ein 200 Liter Becken für ein Pärchen. Sherax Blue Moon ist durchaus angebracht. Es sind viele Sachen zu beachten, aber für Einsteiger würde ich euch echt empfehlen, die Orangen-Zwergfuß-Krebse, euch zuzulegen, sind sehr, sehr einsteigerfreundlich und erwarten nicht sehr viel. Sie brauchen etwas Platz, etwas Versteckmöglichkeiten und das ist es eigentlich auch. Und das ist natürlich das richtige Futter. Ich empfehle entweder Flocken, aber eher Granulat, Schrieben-Ganulat oder Veggie-Ganulat in der Stärke von 1 bis 2 Millimeter. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Tschüss! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020